Mindshift. Meistere erfolgreich die Herausforderungen in deinem Leben und folge der Einladung zu einem Perspektivwechsel. Erkenne das Potenzial deiner Persönlichkeit und befähige dich selbst glücklich und erfolgreich zu leben. Von und mit Katharina und Norman. Wir sind ja gestern im Auto gesessen und hatten leider das Gerät nicht dabei. Deswegen müssen wir es heute rekonstruieren. Welches Gerät? Das Podcast oder wie heißt denn das Ding? Ich nenne es liebevoll Vollzumi. Das Zumi-Teil hatten wir nicht dabei. Deswegen rekonstruieren. Die Familienmitglieder nennen sie Hope. Ich nenne sie Uschi. Unsere Katze. Eine von drei Katzen. Eine von dreien. Also das Thema war, wie geht es mit dem auf sich selbst achten, sich Raum für sich nehmen, wenn man Unternehmen führt, wenn man Mitarbeiter hat, wenn man Kinder hat, in einer Patchwork-Familie ist, wo ja noch ein viel größeres System dahinter steckt. Und darüber haben wir uns unterhalten und das wollten wir gerne mit euch nochmal teilen, weil da echt sehr, sehr wichtige Elemente dabei waren. Und uns das ist ja auch immer beschäftigt. Und tagtäglich drehen wir an allen möglichen Schrauben und haben erkannt, dass, oder ich habe gestern das Beispiel gebracht, wenn du jemanden fragst, ob er dir ein Glas Wasser geben kann oder ein Schluck Wasser, kann er nur Ja sagen und was abgeben, wenn selbst sein eigenes Glas voll ist. Und wenn wir nur auf 30, 40, 50, vielleicht sogar 70 Prozent laufen, selber für uns die Ressourcen haben, dann können wir einfach nichts mehr abgeben. Lass uns das vielleicht nochmal ganz kurz aufklappen, weil das finde ich nämlich ganz spannend, das war für mich ganz wichtig, dieses, du kannst nur was geben, wenn du selber was hast. Also wenn du dich selber ständig übergehst, ständig über deinen Punkt oder über deine Grenzen hinausgehst und der Akku ständig leer ist, Burnout und was auch immer es dann sonst noch alles gibt, wie willst du dann Liebe geben, wie willst du dann Zeit schenken? Ja, und ich finde es eine extrem kindliche Denkweise zu meinen, wir wären unerschöpflich. Also das hat ja ganz viel, also man kann nicht sagen kindlich oder vielleicht hochmütig, wie auch immer, diese Denkweise und die hat ja jeder in seinem Leben oftmals, dass er sagt, naja, es geht schon noch, ich kann schon noch. Und gerade wenn man andere Menschen liebt und ein Mensch ist, der sehr hilfsbereit ist und anderen gibt, dann erschöpft man sich oft und Erschöpfung ist immer so ein Zeichen von, ich habe zu viel gegeben anderen und zu wenig mir. Und dieses, das hört man ja auch immer wieder mal, ich habe keine Zeit, dass ich mich um mich kümmere, ich muss arbeiten, ich habe die Kinder, ich muss dieses und jenes machen, aber das sollte letzten Endes die Zeit für sich, diese Autonomie und dieses mich wieder auftanken, sei es durch kleine Spaziergänge, durch eine Badewanne, durch mal lesen, durch Joggen gehen. Oder auch durch Veränderung von Prozessen, weil das kann ja sein, dass einer sagt, er hat keine Zeit, wobei das, ist cool, jetzt habe ich das Schnurren von Hope auf dem Mikro, dass man sagt, man hat keine Zeit für irgendwas, obwohl das von der Formulierung natürlich falsch ist, weil jeder hat genauso viel Zeit wie der andere, nämlich 24 Stunden. Aber ich glaube, man muss überlegen, wie schaffe ich Zeiträume, in denen ich etwas für mich tue? Ja, das schaffst du. Um wiedergeben zu können. Das ist ja doch die Frage, die wir uns stellen müssen. Und das ist ja dieser Mindshift, dass du hergehst und sagst, ein Termin mit mir selbst ist gleichwertend, gleichbedeutend wie ein wichtiger Geschäftstermin. Oder ein Arztbesuch. Oder ein Arztbesuch, also einfach Dinge, die dir wichtig sind, die du wirklich einträgst, aber man selbst vergisst sich. Ist ja in der Partnerschaft auch so. Schau mal, ganz viele Paare sagen, wir sind jetzt ein Paar, wir meistern den Alltag, wir sind Eltern, jeder arbeitet, aber man räumt sich nicht diese absolute Priorität ein, dass man sagt, wie ein Geschäftstermin steht das im Kalender. Ja, also von der Priorität her, Geschäftstermin, nicht von der emotionalen Begegnung. Das sind drei Stunden, die blockieren wir uns. Einmal die Woche wird das geblockt, wo wir einen Freiraum haben und uns umeinander kümmern. Oder eben jeden Tag eine halbe Stunde, wo ich einen Freiraum schaffe, fest eingetragen in den Terminkalender. Wenn ich es noch nicht schaffe, mir selbst diese Priorität einzuräumen im Kopf, dann muss ich es mir irgendwo aufschreiben, damit es auch klar kommuniziert ist. Und ich da in der Zeit für mich bin. Und das Spannende ist ja, dass man dann auch hört, ich wüsste gar nicht, was ich machen sollte. Und man ist so in diesem Fahrtwasser von Business und Familie und Bedienen. Du hast ja auch gesagt, man funktioniert dann, dass man gar nicht weiß, wie kann ich denn meine Freiräume gestalten. Und das hat ja auch viel damit zu tun, wie kann ich mein Leben gestalten, wie will ich mein Leben gestalten. Reagiere ich nur noch auf eine Welle des Lebens nach der anderen oder kann ich auch aktiv, die Uschi setzt sich gerade sehr schön auf den Schoß und schnurrt ins Mikro von Norman rein. Die will voll dabei sein. Das ist ein schönes Beispiel. Die nimmt sich einfach, was sie braucht. Die will jetzt gerade gestreichelt werden. Für sich. Für sich. Das ist das Interessante. Und setzt sich hin. Ich glaube auch, man kann mal darüber nachdenken, ist man selbstbestimmt am Tag und wenn ja, wie oft und wie lange? Oder ist man fremdbestimmt? Weil ich glaube, wenn man sich vor allen Dingen fremdbestimmt fühlt und glaubt, dass man da nicht rauskommt, dann sagt man natürlich, ich habe keine Zeit und gibt die Verantwortung so ins Außen, weil der mich braucht, weil die mich braucht, weil das mich braucht. Aber anstatt selbstbestimmt zu sagen, okay, wie schaffe ich mir Raum in diesem Tag und wenn es eine halbe Stunde ist, für mich, in den 30 Minuten, in denen ich sagen kann, was ich mir Gutes tue und wenn es Ablenkung ist, einfach mal nicht jemandem zu dienen oder zu irgendein Thema zu bedienen, finde ich das total wichtig, um einfach den Akku wieder voll zu kriegen. Ja, wir würden ja auch niemals davon ausgehen, dass unser Auto fährt, ohne dass wir tanken gehen. Also dafür haben wir auch diese Selbstverständlichkeit, da muss ich mich darum kümmern, dass der Tank voll ist, weil nur so kann ich fahren. Und das mal eins zu eins auf uns selbst auch zu übertragen. Und das ist natürlich nicht einfach, gerade wenn man jetzt zum Beispiel sagt, man hat eben Kinder, man hat Partnerschaft, man hat Beruf und dann überkommt und überströmt einen der Alltag so. Und es ist immer so leicht, wenn man dann hört, ja nimm dir mal Zeit für dich. Wenn du so in diesem Pfadwasser bist, kann man das Ganze frustrieren oder aggressiv machen, wenn man so diese gescheiten Ratschläge bekommt. Und ich glaube, dass dieser Mindshift in einem passieren muss. Oftmals leider zu spät, wenn man dann schon richtig krank wird, der Körper nicht mehr mitmacht oder man in einem Burnout drinnen ist. Weil dahinter, wenn wir das jetzt in der Tiefe analysieren, wer tendiert denn dazu, sich selbst zu vernachlässigen und andere über sich selbst zu stellen? Was man ja dann macht. Man stellt ja anderes über sich selbst. Das sind Menschen, die oft unglaublich hilfsbereit sind, ganz liebe Menschen, sich sehr für andere einsetzen. Das sind ja nicht die Egomanen der Gesellschaft. Also das sind auch nicht die Narzissten der Gesellschaft. Das sind die, denen andere wichtig sind. Und bei Männern ist es oft so, dass die dann ganz schnell in so einen Lösungsmodus reingehen und den Lösungsmodus auch für andere übernehmen. Frauen übernehmen sich ganz viel an Verantwortlichkeiten auch ranholen und To-Do-Listen auch abarbeiten. Frauen übernehmen sehr, sehr gern für andere Verantwortung. Also nehmen anderen die Verantwortung ab und sagen, ich kümmere mich schon darum, ich regle das, ich kann das. Gerade wenn man Kinder hat auch, oder auch bei Mitarbeitern merkt man das oft. Und das erschöpft diese Menschen dauerhaft. Und was steckt dahinter? Oftmals, natürlich ein ganz lieber Mensch, aber oftmals auch dieses innere Denken, wenn ich für andere viel da bin, dann bekomme ich auch was zurück. Und manchmal ist da so ein innerer Mangel da, dass man das Gefühl hat, man ist nicht satt an Anerkennung von anderen und bringt sich dann sehr viel in Vereinen zum Beispiel ein. Oder ist um elf am Abend noch erreichbar, weil man eben dann hören will und sich freut, du bist toll, dass du dabei bist, du bist ein wichtiger Bestandteil der Firma, des Vereines, der Familie. Und dann erschöpft man sich dadurch sehr schnell, weil man sich so nach Anerkennung sehnt, nach Lob. Oder man hat ein inneres Defizit an Liebe und Geborgenheit und freut sich total, wenn man Lächeln bekommt oder wenn einen jemand umarmt. Und gefährlich wird es immer dann, das ist dann die typische Gefahr auch des Burnouts, wenn Menschen, das hat nicht mit zu viel Stress oder so zu tun, sondern damit, wenn Menschen zu viel geben, weil sie innerlich so wenig satt sind, so leer sind an Liebe, an Anerkennung, an Wertschätzung, dann geben sie ganz viel und wenn sie nichts zurückbekommen, kein liebevolles Wort, kein Nicken, keine Anerkennung, kein Hey, toll, dass du da bist, sondern es als selbstverständlich angesehen wird. Und irgendwann wird selbstverständlich vom Umfeld angesehen, weil du derjenige bist dann, der alles meistert, der mit Links alles schupft, der jedem immer aus der Patsche hilft. Dieses Rollenbild und Etikett hat man dann auch schnell. Und dann kann man ganz geschwind in ein Burnout kommen, wo man von heute auf morgen so leer gebrannt ist, also dass man sagt, ich kann nicht mehr, es geht einfach nicht mehr, ich kann nichts mehr geben. Weil die Leute sich ja auch so reinsteigern dann, also dann ist das Gefühl von Anerkennung nicht mehr da, also muss ich noch mehr leisten, bis es wiederkommt, bis ich wieder eine Wahrnehmung schaffe bei den Leuten, die ich damit ja bediene. Und das steigert sich dann irgendwann, bis ich einfach nicht mehr kann. Und die Depression kommt dann, wenn man merkt, und das hört man oft, ich kann machen, was ich will, es ist nie genug. Dieser Satz auch, der ist auch in einem dann selbst sehr verankert. Sicher ist es ein Thema, das man auch in der Kindheit hatte. Also egal, wie sehr ich mich angestrengt habe, Mama oder Papa haben mir jetzt nicht diese Anerkennung oder Wertschätzung oder Liebe vermittelt, die ich gebraucht hätte, um gesund zu wachsen. Also da ist einfach so ein innerer Teil der Leere, dem man meint, ich könnte ihn füllen, wenn ich mich verausgabe, wenn ich immer über meine Grenzen gehe. Und da gibt es so einen schönen Satz, jedes Nein zum Anderen ist ein Ja zu dir selbst. Das heißt, wenn du gefragt wirst, kannst du dich noch um diese Akten kümmern, kannst du nur mal schnell da rausgehen, den Müll machen, könntest du nur mal Rasen mähen, könntest das oder das machen, dann kann man sagen, ja könnte ich schon, aber gerade kann ich nicht. Ich habe keine Kraft, es geht gerade nicht. Ich brauche ein bisschen eine Pause. Und das hat wieder viel mit Verantwortung zu tun, die ich für mich selbst übernehme. Auch gerade Mütter, die den ganzen Tag für ihre Kinder da sind, das ist, wenn du das wirklich so machst, dass du voll präsent bist und bei den Kindern bist, dann dienst du ja auch ganz viel, dann gibst du ganz viel von dir, damit sich das kleine Kind gesund entwickeln kann und da bist du total erschöpft am Abend. Und dass man da zum Beispiel auch sich ein Umfeld schafft oder sagen kann, sich auch Hilfe, Unterstützung holt und sagen kann, du, ich brauche jetzt mal eine Pause. Weil das kennt ja eh jeder. Wenn dir was zu viel ist, dann wird man ja schnell überreizt. Also dann kann ich ja nicht mehr feinfühlig auf die Bedürfnisse eines anderen eingehen, geschweige denn auf meine eigenen. Wenn ich ständig drüber laufe, immer das Gaspedal voll durchdreht und auf der linken Spur fahre, das macht jedes noch so fantastische Auto auf Dauer kaputt. Und man muss auch mal rechts ranfahren und eine Pause machen. Aber ich glaube, es ist auch unfassbarer, also hat viel, glaube ich, mit Selbstvertrauen und auch Mut zu tun, auch mal einzugestehen und zu sagen, ich brauche jetzt mal eine Pause. Also ohne zu glauben, dass das eine Unfähigkeit ist oder wow, du bist nicht belastungsfähig oder so. Ich glaube, dass das auch viele in sich tragen oder dass das eine unglaubliche Überwindung oder Hürde bedeutet, wirklich auch dem Partner oder der Partnerin zu sagen, jetzt musst du übernehmen, ich bin jetzt mal in der Badewanne oder ich bin jetzt mal raus. Kann ich da erklären, warum das so ist? Mach mal. Gibt es alle Studien und Forschungen, auch aus der Bindungstherapie drüber. Also ein Mensch, der unsicher vermeidend oder unsicher amivalent gebunden ist, das heißt, der hat in der Kindheit kein Gegenüber gehabt, eine Bindungsperson, Mama oder Papa oder Oma, wen auch immer, der feinfühlig auf mich eingegangen ist und meine Bedürfnisse. Und wenn ich ein Gegenüber habe, der, wenn ich weine zum Beispiel als Kind, sagt, jetzt steh wieder auf und stell dich nicht so an oder der sagt, du, das ist mir viel zu laut, geh in dein Zimmer, da kannst du alleine für dich weiter schreien, also mich als Baby auch weglegt oder wenn ich mal wütend oder aggressiv bin, mich auch eine Timeout gibt und rausschickt und überfordert ist, das heißt nicht sagen kann, oh, bist wütend und das kenne ich, das ist unangenehm und wenn man was will und nicht kriegt, dann weint man und das ärgert einen, das wäre feinfühliges Aufeinander eingehen. Wenn das nicht gegeben war, dann bildet das Kind ein großes Misstrauen anderen Menschen gegenüber und lernt, alleine mit seinen Problemen zurecht zu kommen. Das wird sich nicht hilfes, das ist konditioniertes Verhalten. Das Kind wird sich nicht hilfesuchend an den anderen wenden, weil es lernt, der versteht mich nicht, der kann nicht auf mich eingehen, der sieht meine Bedürfnisse nicht, der schickt mich weg oder lacht über mich oder ignoriert mich oder ist ständig überfordert. Ich belaste den anderen mit meinen Problemen. Ich darf nicht drüber reden, weil der andere ist eh schon so voll. Und dann lernt das Kind sich selbst. Also ich komme einfach selber mit meinen Problemen klar. Und das ist der Hauptgrund, warum dann die Menschen sich nicht Hilfe holen, sich keine Hilfe holen, weil sie nicht dieses sicheres Bindungsverhalten, diese Nähe, dieses Vertrauen, dieses ich nehme dich wahr, ich sehe dich in deinen Bedürfnissen gelernt haben. Und dann glauben sie, ich muss alleine klarkommen. Ich darf gar nicht sagen oder zeigen, du, mir ist jetzt was zu viel. Das wäre ja ein Eingeständnis von Schwäche, das haben sie damals gelernt. Das wurde bestraft oder auch mit Ignorieren oder mit Beziehungsabbruch oder mit aus dem Kontakt gehen. Also regeln sie es für sich und kommen gar nicht auf die Idee zu sagen, ich habe ja da einen Partner, jemand, der mit mir in Beziehung ist. Ich habe Menschen, Freunde, es gibt Therapeuten. Also es sind auch diejenigen, die sagen, ich würde doch nicht zum Therapeuten gehen. Das machen doch nur die völlig Gestörten. Bei mir ist doch alles gut. Das sind auch oft die Menschen, die zwar in Beziehung sind, aber immer wieder ganz viel Freiraum brauchen, ganz viel Autonomie, ganz, ganz viel allein auf den Berg gehen oder ganz viel Rad fahren, das ganze Wochenende Marathon laufen, Rad fahren, weil sie nicht gelernt haben, ihre Ängste, Sorgen, Bedürfnisse innerhalb des Kontakts zu mir nahestehenden Menschen zu lösen. Wie kann man denn nun am Tag für sich Zeiten schaffen? Naja, ich habe eingeführt relativ früh, das ist jetzt ganz was Ehrliches, das Private Office. Ja, das kenne ich. Das kennst du. Das ist super, oder? Das heißt, also das stille Örtzchen im Badezimmer, wenn du auf die Toilette gehen musst, dass du Zeit einfach für dich hast noch oder länger duschst. Also das in den Alltag so einbauen, wenn es wirklich sehr, sehr eng ist und gerade wenn man viel Kinder hat, Unternehmen hat, viel mit Menschen Kontakt hat, ist es natürlich im Alltag eine Herausforderung. Aber dass du schaust, also ich habe gelernt, mir diese, aus sehr kleinen Momenten im Alltag Großes herauszunehmen. Wenn ich zum Beispiel kurz den Müll rausbringe, dann atme ich ganz bewusst ein und schaue mal die Umgebung an und fühle einfach kurz die Natur. Oder wenn ich über den Markt gehe von einem Termin zum nächsten und ich sehe da schöne Blumen, dann rieche ich mal dran. Das sind so ganz kleine Elemente, wenn für Menschen, wenn die sagen, ich habe überhaupt keine Zeit, dieses achtsame im Jetzt sein, durch kurze Momente des Glücks sich wieder auftanken. Und das kennt ja jeder von uns, wenn man über die Straße geht und es lächelt einem jemand an und man nimmt das bewusst wahr, fühlt man sich schon wieder ein bisschen besser. Und dann natürlich, wenn du ein bisschen mehr, Rituale finde ich ganz wichtig, also dass du es ritualisierst und sagst, die halbe Stunde, Stunde pro Tag oder halbe Stunde, die ist genauso wichtig wie das Allerwichtigste, was ich sonst in meinem Leben mir als Priorität setze. Das ist für jeden was anderes. Und das ritualisierst, also ich mache, seit ich 18 bin, vor dem Einschlafen, wenn ich auch jetzt die Kinder ins Bett bringe und warte darauf, bis sie einschlafen, dann mache ich eine Meditation für mich. Und dieser Slot ist ganz was Heiliges und Kostbares. Oder man schreibt sich mal eine Liste und sagt, was mache ich denn überhaupt gern? Was gefällt mir eigentlich? Viele wissen das gar nicht. Die können die Frage nicht beantworten. Und dann macht man sich auf die Suche und entdeckt, mir tut ein Spaziergang jeden Abend, zehn Minuten, nur einmal um einen Block, tut mir total gut. Und das ritualisiere ich. Wie Zähneputzen. Also, wenn man... Hallo. Hallo. Wenn man... Sind gerade die Kinder nach Hause gekommen? Also, für mich war der Zugang ganz wichtig. Ich dusche jeden Tag und wir putzen jeden Tag Zähne. Das ist ganz was Normales. Wir kümmern uns um unseren Körper. Das haben wir gelernt seit klein auf. Aber was wir nicht machen ist, wir kümmern uns nicht automatisiert oder rituell um unsere Seele, um unseren Geist. und das ist schon was, was man den Kindern von klein auf beibringen sollte. Also, unsere Kinder gehen ja in eine Schule, wo sie wo sie jeden Tag kurz ritualisiert in die Stille gehen. Das heißt, für sich kurz innehalten, Atemtechniken lernen, die Ruhe finden und das ritualisiert lernen, dass sie da eben nicht lernen, Leistung bringen oder irgendwas funktionieren müssen, sondern das ist ein Raum für jedes Kind in dieser Schule, auch sogar im Kindergarten. Der kleine Ben lernt das ja auch, dieses in die Stille gehen und mal einfach mich ausklinken und für mich sein, mich wahrnehmen und spüren. Jetzt gibt es natürlich auch Zeiträume, in denen will ich mal nicht meditieren, sondern mal ein Buch lesen oder so. Das finde ich auch ganz wichtig und da denke ich, kann man auch zum Beispiel mal eine Stunde eher aufstehen oder eine halbe Stunde. Ja, oder du machst das ja auch immer super, weil du relativ oft auch im Auto sitzt und dann sagst, okay, ich höre jetzt Podcasts und das ist was, was mir taugt und das mache ich total gern. anstatt dass ich jetzt nur im Auto sitze und mich auf den Verkehr konzentriere, macht man ja sowieso. Aber in den Alltag einbauen finde ich einfach super und es geht schon darum, wenn ich nicht weiß, was mir gut tut, muss ich es erst mal herausfinden. Das heißt, ich muss mal ein bisschen Zeit mit mir verbringen. Und andere informieren. Ich finde es zum Beispiel auch wichtig, wenn man sagt, okay, weiß ich nicht, jeden Freitag von 16 bis 17 Uhr die eine Stunde, die gehört jetzt mir und dann versucht ihr Verbünde zu finden auch in der Familie und zu sagen, hey, versucht mir zu helfen, dass ich diesen Zeitraum halt schütze, zum Beispiel. Das ist nun mal als Idee. Ja, unbedingt. Das ist total wichtig. Also, dass man andere einfach involviert und sagt, hey, ich bin gern für euch da, aber ich brauche diesen Slot, wenn ihr mir helfen könnt. Und das ist total wichtig, dass das auch so ein Familienwert dann ist, dass jeder diese Freiräume hat. Ja. Nein, also unsere Kinder gehen ja auch, sagen, ich gehe jetzt in den Garten spielen und nehmen sich da eine Auszeit oder ich gehe ins Zimmer spielen oder ich gehe mal was malen. Und das ist ja für uns auch total wichtig, dass man sagt, ich mache etwas, das mir Spaß macht und dafür gebe ich mir diese Freiräume. Und da muss ich den anderen Bescheid geben, weil man hat ja Verantwortlichkeiten dann in der Familie oder im Unternehmen. Das ist vielleicht auch so unser Spielen. Also, wenn die Kinder sagen, sie gehen spielen, dann müssen wir Erwachsenen uns wieder daran erinnern, was ist so unser Spiel und wie oft spielen wir denn eigentlich. Genau. Und natürlich ist das super, ich habe mir dann auch angewöhnt, dass mir das voll Spaß macht, wenn ich mit den Kindern am Spielplatz bin oder mit draußen auf eine Schaukel setze. Ja, und weil es ja oft gerade bei den Eltern, die wirklich rund um die Uhr für die Kinder verantwortlich sind, nicht möglich ist, dass ich einfach einmal rausgehe, die Tür zumache und spazieren gehe. Das heißt, ich muss mir diese Tankstellen im Alltag auch finden können und dann natürlich aber auch so diszipliniert sein, dass ich sage, okay, einmal im Monat mindestens habe ich zwei Tage oder einen kompletten Tag für mich und das dann auch organisieren. Das geht nur, wenn ich auch in der Lage bin, andere um Hilfe zu fragen. Viele meiner Klienten sagen dann, ich habe niemanden. Es gibt niemanden, der mir jetzt mal mich entlasten könnte. Und dann ist das schon ein Zeichen dafür, dass man sich sehr darauf, auf seine eigenen Ressourcen verlassen hat und sich dieses Umfeld so nicht geschaffen hat. Und daran arbeitet man dann. Also, dieses Umfeld, das deine Freiräume akzeptiert, respektiert und dir auch diese Freiräume schafft, das muss man sich ja auch selbst erst erschaffen. Oder man mit größeren Kindern zum Beispiel kann man auch mal sagen, auch die Verbündeten, du, jetzt habe ich mal eine halbe Stunde für mich. Wenn was ganz dringend ist, muss man Ihnen auch erklären, was dringende Fälle sind, aber bei größeren 10, 11, 12-Jährigen ist das mal möglich. Bei ganz Kleinen ist es herausfordernd. Deshalb hast du gewusst, dass die meisten Ehen in den ersten, im ersten zwei Jahren zerbrechen. Weil man da eben rund um die Uhr ein Baby hat und dass man sich selbstverständlich rund um die Uhr auch kümmert und um diese Kraft sich so erschöpft. Dann hast du vielleicht noch ein Schreibaby oder es ist total anstrengend, einfach dieses ständig präsent sein und die sagen dann, ich kann einfach nicht mehr und dieses nicht, ich kann nicht mehr projizieren auf den Partner und das ist natürlich dann eine Katastrophe. Und da ist es wichtig, dass man viel miteinander kommuniziert und spricht, auch in der Paarbeziehung. Das ist überhaupt das Allerwichtigste, dass man sich austauscht, dass man auch vielleicht den anderen einmal darauf hinweist, du Schatz, jetzt hast du aber schon ganz lang, warst du da für uns, magst du nicht einmal eine Zeit nehmen für dich? Und dann hat der Partner oft ein schlechtes Gewissen. Ja, dass man sich gegenseitig schützt auch. Genau. Ja, das ist eh wichtig, genau, dass man sich kein schlechtes Gewissen macht. Ich glaube, das ist aber auch ein wichtiges Training beider oder ich glaube, es ist vor allen Dingen eine Frage des Vertrauens. Also, wenn man weiß, der Partner würde einem nie einen Vorwurf machen und der Partner liebt einen wirklich, dann gönne ich meinem Partner jede Pause, die er braucht und versuche das nicht aufzuwiegen. Also manchmal wiegen ja Partner auf, sieht man ja gerne. Ich hatte gestern eine Stunde frei, heute darfst du, aber vielleicht sind die Bedürfnisse einer Frau, die gerade entbunden hat oder Mutter wird oder weißt du, also auch mit den körperlichen Strapazen ganz andere als wie des Mannes oder umgedreht. Also ich glaube, dass, wenn das Vertrauen da ist, richtet man es dem anderen möglichst so ein, wie er es vielleicht auch braucht und unterstützt. Genauso umgedreht dann. Das ist ein voll wichtiges Thema, über das du sprichst, weil ich glaube, dass daran sehr, sehr viele Paarbeziehungen zerbrechen. Weil man eben nicht kommuniziert, weil viele Beziehungen auch eben, da merkst du einfach die Qualität der Beziehung und die Qualität auch, wo derjenige in der persönlichen Entwicklung steht. Also wenn ich eifersüchtig oder neidisch bin, weil der andere sich diese Freiräume schafft und mein Unvermögen mit Vorwürfen auf den anderen projiziere, dann, das hat der Lehrer, weißt du noch, wir waren vor zwei, drei Tagen am Elternabend und da haben wir uns alle in einer Runde aufgestellt und der Direktor hat alle begrüßt und hat so eine Rede gehalten, wo er gesagt hat, wenn du mit dem Finger auf den anderen zeigst, mit der Hand, dann schau mal, was deine anderen Finger während des Zeigens machen, da gibt es nämlich drei Finger, die auf dich zurückzeigen. Das heißt, das, was ich dem anderen dann vorwirfe, hat ja auch immer was indirekt auch mit mir zu tun, wenn ich vorwerfe, du nimmst dir immer Zeit für dich, dann kann ich es ja umdrehen, was auch die ganz tolle Arbeit, The Work von Byron Katie ist, die sagt, ich nehme mir kaum Zeit für mich, also wenn ich dem anderen vorwerfe, er ist immer, lässt mich viel allein, dann lasse ich mich auch selber viel allein und im Stich. Das ist auch diese Opferrolle, an der man sich dann begibt mit so einer Aussage. Und das ist menschlich, das passiert, das passiert einfach total gern, weil es ja auch, als du bist im Alltag gefangen oder hast deine eigenen Trigger, hast es nicht so verarbeitet, was passiert ist, hast keine Zeit oder nimmst du sie dir nicht, die Priorität zur Selbstreflexion und dann passiert es total schnell, dass du dem anderen was vor die Füße wirfst und deshalb ist es in der Paardynamik auch super interessant und immer ein Ausloten zwischen Nähe und Autonomie, also wann machen wir diese Schnittmenge, wann machen wir was gemeinsam, als wer hat welche Verantwortlichkeiten und welchen Raum hat jeder für sich und das muss ja im Balance sein, diese Autonomie, jeder für sich was machen und die Nähe, die Bindung und wenn das im Balance ist, dann hat die Paarbeziehung auch langfristig super Chancen und auch dann ist es ein einfaches Gespräch, dass man sagt, du am Freitag von 5 bis 6 habe ich mein Timeout und wann brauchst du deine Zeit fertig. Ich glaube, jetzt haben wir ganz viele Impulse gegeben, wie man vielleicht so am Tag, wie du gesagt hast, so kleine Mikroslots findet, um einfach bewusst sich selbst bewusst zu sein. Du hast da ganz tolle Beispiele gebracht. Wir haben darüber gesprochen, wie man vielleicht Zeit schaffen kann im Alltag, wie man vielleicht andere informiert, mitzuhelfen, den eigenen Zeitraum, den man sich schaffen möchte, zu schützen oder das vielleicht als Ritual gestaltet und wie man in der Beziehung auch Vertrauen, gegenseitiges Vertrauen herstellt, um einfach auch wahrzunehmen, dass der Partner gerade eine Auszeit braucht und sich da gegenseitig zu unterstützen, ohne das aufzuwiegen oder zu bewerten, sondern einfach da zu sein füreinander. Hey, schöne Folge mit Katze und Kindern.